Hey Leute, ich bin es wieder, Drunknames amusjohns Und jetzt grüßt euch mit dem Vlog Und wie ihr seht, ich bin am Handyspielen Macht auch wirklich gut, super Spaß Jetzt höre ich Musik Macht auch super gut Spaß Ja, ich feiere auch dazu Okay Dann hier meine Handysammlung noch Und jetzt Durch Trinken und Essen Hier, der Aufdruck auf meinen Pullover seht ihr Das habe ich hier mit dem Mund abgeputzt Und jetzt Und jetzt Widme ich meine Sterienlage Und schaue mir die Anleitung an Wie die Sterienlage funktioniert Wenn man was hat, muss man auch wissen Wie es funktioniert Oder auch nicht Ist er sich überlassen Muss alles ausführlicher lesen Damit ich weiß Wie so eine Sache funktioniert überhaupt Und jetzt Bin ich mit Matheausaufgaben Richtig schwer Auch richtig leicht Und ja, das war's mit dem Vlog Tschüss Das war's mit Und jetzt Und jetzt das war's mit dem